Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ähm, Japaner-TDs. Wir sind ja im Stream reingestartet und sind dann relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen, mental. Ich habe euch mal zwei Ausschnitte mitgebracht von 5er und vom 6er, was auch somit eigentlich die besten Runden von uns waren, aber halt auch recht unterhaltsam, weil wir da wirklich gemerkt haben, alter, auf was haben wir uns da eingelassen. Ähm, deswegen, also 5er und 6er in unseren Augen muss ich dazu jetzt schon sagen, absolute Vollkatastrophe. Also die zwei Panzer sind in unseren Augen richtig, richtig kacke. Den 6er habe ich noch in der Garage, weil ich da wahrscheinlich noch ein Vergleichsvideo einzeln zu machen wäre zum Kato, zum 6er Premium, was jetzt auch demnächst erscheint. Und dann kommen ja auch noch die anderen Projekte, die herumliegen wieder. Ich habe mir jetzt ein bisschen Pause mal gegönnt gehabt, war jetzt ein bisschen Aufnahme faul, gebe ich ehrlich zu. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video jetzt ein bisschen Spaß macht. Wie gesagt, wir halten vom 5er und vom 6er nicht sehr viel. Wir sind jetzt aktuell beim Grind beim 8er, da bin ich sehr positiv überrascht. Der 7er war auch dann schon echt angenehm. Also das wird jetzt alles Schlag auf Schlag gehen. Den 8er Premium habe ich jetzt auch. Video wurde ja schon angefragt, wo die Season losgeht. Wie gesagt, ich habe ihn mir kostenlos freigespielt, weil da sehe ich nicht ein, ein Geld zu bezahlen. Das habe ich wie normal sterblicher wie ihr auch gemacht jetzt. Und ja, wir starten rein mit dem 5er und dem 6er zusammen in einem Video und ich wünsche euch viel Spaß. Und bevor ich noch öfters uns sage, würde ich einfach sagen, gehen wir rein. Oh Gott. Schmackhaft. Das ist ja eine Premium-Karte. Freunde, hier könnt ihr euch auf gutes Gameplay freuen. Diese Karte ist nämlich unsere Lieblings-Karte. Ja, also sie hat sich sehr schnell hochkatapultiert bei mir auf Platz 1. Tatsächlich. Das Map-Design ist einfach, ja, da fehlen mir halt auch die Worte, ne, bei dem Map-Design. Ich weiß jetzt halt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe ja keine Gang-Depression, ich kann ja rechts nur irgendwo groß spielen. Egal, ich war trotzdem rechts und rechts, Alter. Was willst du denn sonst machen? Ich habe jetzt echt überlegt, über die linke Seite zu fahren. Auf die A1. Ja, nee, nee. Nee, Mann. Da geht erstmal das ganze Gefecht dann hier vorbei. Können ja auch gerne in die Mittelfahne fahren wir ja auch gar nicht möchten. Und uns dann vielleicht von links und von rechts und von vorne was geben lassen. Wir müssen halt gute Runden haben, dann ist es auch schneller vorbei. Obwohl ich nicht weiß, dass der 6er besser ist, weil der auch nur 5-Grad-Gand-Depression hat. Ja, das haben wir da hingestellt. Vielleicht hat er ja ein bisschen Panzer rum. Nein. Glaube ich nicht. Das ist sehr leise. Wir sind noch nicht beim 6er. Aber der könnte eine bessere Kanonische haben, die ein bisschen mehr Impact hat vielleicht. Das wäre schon mal was. Ja, hoffen wir es mal. Also der Impact, der lässt auch so Menschen übrig. Na, der hier lebt eigentlich nur von der DBM. Also 130 Alpha ist halt wirklich, das ist medium weg. Und er mit seinem Panzer 5-4, mit seinem OP-Koffer findet erstmal das Gaspedal nicht. So, warte mal. Der da oben kriegt schon richtig gut, da kommen wir aber gar nicht ran. Schieß mal hier wegen der Gebäude weg, da oben. Rechts steht das schon mal. Komm, schieß nochmal. Da steht er viel weiter rechts dort. Oh, da ist nur Suh, aber die, ach Gott. Die kommt jetzt hoch. Die Suh kommt hoch. Ja, also ich sehe die von hier. Zack. Zack. Zwei ist schon reingemacht, halt. Die Kanone performt da. Ein Honi? Da ist er. Ja man, der arme. Der hat Stock an. Der hat noch Stock an. Aber da steht noch was anderes. Oder? Ich habe keine Ahnung, weil es ist... Also du kannst mit dem Panzer eigentlich auch nur abwarten da oben. Honi 1, der 4er. Alter Junge. Jawohl. Ganz starkes Ding. Alter, ich fühle mich mit 130 Alpha so mächtig. Ach, die DBM ist schon gut. Das muss man ihm schon zuguterechnen. Die DBM ist schon geil. Naja, die kannst du doch nicht irgendwie an den Mann bringen. Ja. Weil er entweder deinen ganzen Panzer zeigen muss, wenn er auf den Gegner schießen will. Oder... Ja, dann kommst du endlich mal durch. Weißt du, bei 6ern ist das Ding ja schon ein bisschen schwierig. Ja gut, du hast eine starke APCR, aber die ist jetzt auch teuer. Machst jetzt Schnee Minus. Die ist gut, Alter. Oh. Ich werde mich jetzt nicht mehr in die Mitte reinsnieten. Ich werde ihn pushen jetzt. Nur zu. Ich zeig dem, wie stark ich bin. Zeig dem das mal. Ich warte. Nein, er treffe mir nicht. Ich bin offen. Nein, da ist ein Honi 1. Oh Gott. Und ein Heavy rechts. Ach du Scheiße. Ich seh's grad. Oh nein, hier kommt Panzer 54. Ich brenne. Nein, warum? Ach, Digga. Ich lebe noch. Ey, ich krieg gleich einen Anfall. Jungen, der outperformt mich mit seiner Blödheit. Mit seiner Blödheit? Das ist auch noch gut gesorgt. Also. Sind das jetzt hier? Ne, ein KV 1S. Guck dir auf mich. Ne, der guckt auf mich. Jawohl. Junge, jetzt hier. Ich nimm dich, Junge. Ja, meine ich helfe dir. Du siehst keine Sonne mehr. Zack. Scheiße. Scheiße. Die, die, die ATI, Alter, die nimmt mich hier komplett hoch. Oh, ich bin, ich bin. Oh, ich hab was geounced. Ich hab den Cino gebalanced. Oh, die ATI. Nein, hier kommt ein VK 30. Nimm ihn. er nimmt dich noch ich kann gar nicht drauf alles nur ausreden jetzt haben wir hier noch hermann getrackt vorhin hatte ich wo ich gesagt habe beste runde mit 15 also wenn ich jetzt über 15 kommen dann ist es die beste ich komme da nicht mehr an 200 schaden skorpionpass war viel besser über die andere seite zu spielen echt da war die wirklich nur gut jetzt kommt eine stunde alter im saal 42 jetzt schlägt so richtig 52 51 54 53 gott ist das ist der scheiße der panzer alter aber ich habe ihm ein hp gelassen dass er vor meiner mit 120 da wo ist er von 200 schaden auf 708 wo ist der td einfach ich weiß nicht wo der ist habe ich noch gar nicht gesehen man kann noch hier auf die a0 hinter den stein hat er welcher kursche offen wird es nicht ja okay wo wir jetzt alle drin stehen hat er auch keiner bock das ding zu suchen was ist ein m8 oder der sehr schnell wie so effizienz wussten er ist meine zweitbeste runde aber ich habe hier was abgewehrt er was gebauen ist stark stark der anfang von panzerung ich kann es mir schon ich spür es richtig gut dass du da schon mal mit gehst effizienz kommen ich habe ich schaff es ich schaff es noch ich habe ja alles für die effizienz guck dir das doch mal an ich finde es dann immer lustig wenn dann da steht hier 40 km h endgeschwindigkeit und du hier auf einer geraden fläche nicht einmal die 30 schaffst also gerade so wenn nichts dazwischen kommt aber jetzt geht es kurz wieder hoch pass mal auf wie schnell du das wieder verlierst wenn ich es nicht schön anzusehen wäre dann hätte ich noch ein bisschen spaß noch dabei aber es ist nicht mal das ist ja gegeben der ist auch verzweifelt der heavy tank nummer drei der hat gar keinen bock mehr was hier mit dem leotard dem ist das nicht viel kriegt erstmal kriegt das mal eine packung auch wenn der jetzt hier aber durch rennt und uns spottet alter team ja der leid kommt das ist gerade unser größtes problem das one schaut nach ich nehme und so 34 oben mit links beim td hat er hatte der kett motor beschädigt das langsamer raus bin dran getroffen jetzt gehe ich die kann nicht runter und 34 aber ist ja ich weiß was du meinst ich brauche nicht bei uns an jungen 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 ok hat ihn was kommt jetzt noch so gut alter ja mann einfach schießen wir nehmen wir wir nehmen wir das ist unsere runde ja ich der panzer ist eine ausgeburte hölle also der ist wirklich absolut hässlich da hast du recht das ist das ist schöne vorne frechheit wir sind jetzt hier die letzten steht 7 zu 9 wir machen ja ich habe es auch im mobilen dass da ein leid hinter uns ist selbst der schatten von dem panzer sieht schrecklich aus leid getroffen leid getroffen leid getroffen ja den kriegst du schon die letzte verschieße ich auch leck mich doch im arsch da ist der panzer 34 nehme ich versuche den leid auch noch zu nehmen oder auch nicht okay ich nehme den leid nicht auch mal kommen ich nehme den leid alter ich krieg den leid nicht vergiss es ach du scheiße ach du scheiße ach was das hier alter ich kann dir nicht helfen das sind oder düne alles alles gut ich krieg gar nicht runter ich krieg kann ich unterhalte er ist einfach zu klein mann scheiße digger wenn du erkennst dass deiner zu klein ist ich helfe dir beim panzer 4 der haut erstmal ab die art ist auf mir drauf zum 10 kommt auf jeden fall safe ein video zum 9 und 8 denke ich mal auch alles da drunter weiß ich noch nicht also zum fünfer und sechster glaube ich wird kein video kommen da werde ich zusammenschnitte nehmen weil das sind ja hier also das sind zustände wie du hier fährst das kannst du keinem mal sehen ganz ehrlich ich würde dann auch einfach streamen ausschnitten also es tut mir wirklich leid wir versuchen sie ja wirklich ernsthaft aber wir finden halt auch kein einsatzgebiet für die panzer aber ich stehe hier noch ich kann dir helfen wenn die wenn die kommt ich kann dir nicht helfen wenn die kommt weil ich habe daneben geschossen ich habe getroffen ich habe noch mal getroffen das meine runde ist doch gut jetzt von dahinten alter beruhigen sie sich da habe ich noch eins ich fühle mich hier fast wie ein bär alter ich habe genug probleme mit mir selber und was hast du im fünfer gehabt jetzt bleiben wir ruhig und vier kittels dann auch noch unglaublich wie viel alpha hatten panzer 4 110 120 ja gut das stück bambus hier ist auch schwierig nicht zu pennen ja gut das stück bambus hier ist auch schwierig nicht zu pennen ja gut passt das schluss warm ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut Vielen Dank.